Hallöchen, liebe Waifus-Ona, das ist der Meso-Manga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zur One-Shot-Review. Heute dreht es sich um einen Horror-One-Shot-Manga, der da lautet Mantis Woman. Zumindest heißt das Ganze so auf Englisch. Im Original heißt das Ganze Kamakiri-Ona. Ja, ein Manga, der gezeichnet wurde von dem Mangaka Senno Knife. Ja, der Knife wird tatsächlich geschrieben wie das Messer. Und um mal kurz was zu Senno Knife zu sagen, ich kannte ihn vorher nicht, er war mir relativ unbekannt. Und er hat scheinbar den einen oder anderen Horror-Manga-Kult, ich sag mal, jetzt nicht ins Leben gerufen, aber durchaus supported. Und hat wirklich, also er hat zwar unterschiedliche Genre mal durch erlebt, sag ich mal, aber letzten Endes sind dann zwei, ich sag mal, Genre hängengeblieben oder beziehungsweise das sind die, die am meisten und am effektivsten auch gekauft wurden. Und zwar zum einen eben halt die Kategorie Erwachsene-Manga, also Adult-Manga, beziehungsweise Ero-Manga und der andere Part ist die Horrorschiene, die gerne mal mit dem Yosei-Genre verknüpft wurde. Und Yosei ist ein Genre, das im Grunde das Gegenteil zu Seinen ist, wie Jojo das Gegenteil zu Jo-Nen ist, ist das Yosei-Genre einfach für etwas erwachsenere Frauen gedacht. Und ja, dadurch, dass es all viel mit, ja, ich sag mal, Gore und Blut und Horror-Thematik zu tun hatte, passte das diese Bezeichnung ganz gut. Sein Zeichenstil ist jedoch wirklich sehr, ja, Yosei-lastig, würde ich sagen. Es ist so ein typischer Yosei-Zeichenstil, der dann im Grunde einfach nur auf eine Horror-Thematik umgemünzt wurde. Er hat zwar auch diverse Seinen-Manga gezeichnet oder eben halt, wie gesagt, halt auch Ero-Game, sag ich schon, Ero-Manga, aber prinzipiell ist sein Zeichenstil eigentlich immer relativ gleich geblieben. Er hat sich natürlich verbessert im Laufe der Jahre, aber prinzipiell, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, also aktuell ist er nicht mehr so in aller Munde, sag ich mal. Da ist es prinzipiell so, man hört nicht mehr allzu viel von ihm. Ich glaube, er tut mal in dem einen oder anderen, ja, Ero-Manga-Magazin mal ein Kapitel machen oder so, aber ich glaube, er wird jetzt nicht mehr von seinen Werken Geld verdienen, mit seinen Werken Geld verdienen. Aber unter anderem wurde Bizarrian veröffentlicht und zwar bei Studio Iron Cat unter dem Imprint, Entschuldigung, Sexy Fruit. Gut, ähm, das war eine Ansammlung an, ja, kleinen Heftchen, so wie ich es zum Beispiel auch mit Outlanders, äh, habe. Also es sind kleine Comic-Heftchen, dünne Dinger, wo wirklich nur ein Kapitel drin ist und, ähm, davon wurden halt, ich weiß nicht, ob komplett, aber zumindestens ein Teil dieser Reihe, äh, dann dort rausgebracht. Äh, Bizarrian ist im Grunde ein Ero-Manga, also ein Hentai, also von daher, ähm, weiß nicht, ob sich das lohnt, sich das mal zu besorgen, aber die Tatsache, dass man sowieso eher wenig findet und wenn, dann sehr teuer, wäre jetzt persönlich vielleicht für mich nicht sowas. Aber es ist durchaus, äh, interessant, vielleicht, das eine oder andere über ihn zu erfahren. So, nun aber genug geredet über Senno Knife, es geht um Kamakiri Onna oder auch Mantis Woman. Mantis Woman ist ein relativ, relativ alter Manga. Man muss natürlich dazu sagen, was ist alt. Also 2003 wurde, ist er, äh, erschienen und, äh, 2003 ist prinzipiell nicht alt. Aber der Zeichenstil zeigt dann doch schon so ein bisschen das, also man, man sieht ihm das Alter an. Nichtsdestotrotz sollte man, finde ich, diesem Manga mal eine Chance geben, zumal er eine, ich sag mal, eine Horror-Compilation aus kleinen Kurzgeschichten, kleinen, interessanten, schön gemachten Kurzgeschichten ist, die, äh, im Grunde diese typische, äh, Urban-Myth-Thematik, äh, darstellt, äh, wie sie in Japan gerne von, vor allem Schulmädchen tatsächlich, ähm, erzählt werden. Also Schulmädchen, äh, es gibt prinzipiell, ist es so ein, fast schon so eine Art, ja, Fun-Kult, kann man sagen, die da dort entstehen, dass man sich nach der Schule noch trifft und Horrorgeschichten erzählt und, äh, mit dem Ouija-Board, äh, herumhantiert und so weiter. Das ist so ein Ding, das ist, äh, das zieht sich über die Jahre, ist, glaube ich, immer, aktuell vielleicht nicht mehr ganz so krass wie damals, also in den Anfang 2000er, äh, oder beziehungsweise noch 90er, aber, äh, prinzipiell ist das immer noch so ein Ding, weswegen auch Yosei die Thematik ganz gut passt und weswegen es auch eigentlich super passt, dass der Hauptcharakter eigentlich grundsätzlich ein junges Mädchen ist. So, ähm, das sind, ähm, eben halt Geschichten, die sich Mädchen mehr oder minder erzählen oder allgemein die, äh, so Schul-Stories eben. Und da gibt es unter anderem, also, ich lese euch einfach mal vor, was es gibt, also, es gibt, äh, die Short-Stories. The Sender Family's Hell, Koala is Watching, The Water Beacons, oder Beacons, Hell's Gumball Machine, The Snake, Boy, und natürlich die titelgebende Geschichte, Mantis Woman. Und ja, das sind, äh, Kurzgeschichten, wie sie sich Mädchen vielleicht ausgedacht haben und eben einfach publik worden, geworden sind im Laufe der Zeit. Und die sind einfach hier in diesem One-Shot zusammengepfercht. Und ich muss sagen, ich find's, fand's mal interessant. Es war mal nicht dieses typische, lass uns irgendwas, äh, ein Rachegeist nehmen und juhu. Was natürlich auch spannend sein kann. Also, es ist jetzt, ich sag's mal so, also, ich würde jetzt nicht zu viel erwarten von dem Manga, denn er ist im Grunde genau das, was er eigentlich sein möchte. Eine Kurzgeschichtensammlung von Horrorgeschichten, die auch wirklich stellenweise creepy sind. Aber, ich sag mal, heutzutage wird Spannung, Twist und so weiter einfach anders aufgebaut. Und deshalb könnte es dem einen oder anderen, ich sag mal, ähm, etwas, äh, etwas fremdlich vorkommen. Denn, befremdlich, jetzt hab ich's, etwas befremdlich vorkommen. Denn so wie damals der Spannungsbogen aufgebaut wurde, ähm, ist vergleichsweise bei manchen Werken ziemlich lasch. Ich will nicht sagen schlecht, weil es ist wirklich unterhaltsam gewesen, mir hat der Band sehr viel Spaß gemacht. Aber, es ist kein, ich sag jetzt mal, ich vergleich's jetzt mal mit Korpsparty, weil das ist das Aktuellste, was ich so in diese Richtung sagen würde. Korpsparty ist fast schon mehr auf Shock Value aus, schon fast mehr, aber auch auf unfassbar dichte Atmosphäre und am besten noch sehr psychopathische Charaktere. Das hast du hier eher weniger, weil es sich im Grunde um ein Mädchen immer handelt. Dieses Mädchen hört halt von irgendeiner Geschichte und ich kann ja zum Beispiel mal zumindestens, damit, ich will jetzt nicht die ganzen Storys, äh, erzählen, zumindestens nicht vor dem Spoiler-Bereich, aber ich möchte zumindestens mal über Mantis Woman reden, denn da ist es halt so, wir haben ein Mädchen und dieses Mädchen, ähm, kriegt halt, wird halt gemobbt, ne? Sie wird halt gemobbt, äh, da gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo sie eben, äh, also erstmal gemobbt wird, dann geht sie raus, äh, steht im Schulgang, lest irgendwas, da sind ein paar, äh, zwei Jungs, die rauchen gerade mitten im Gang, ist natürlich verboten, ist klar, dann kommt da irgendein Lehrer gerade die Treppe runter, dann nehmen die halt die Zigarette und sagen, hey, halt mal kurz und, äh, weh, du verpfeifst uns und hauen ab und sie kriegt dann halt die Schuld in die Schuhe geschoben und, äh, lauter so Sachen und, ähm, die Mantis Woman ist eine Frau in einem roten Anzug mit Sicheln, so Handsicheln in der Hand und, ähm, sie ist eben, sie köpft eben Leute, die, ja, wie soll man sagen, nochmal frisch erzogen werden sollten. Also die bösen, bösen Jungs, die bösen Mädchen, die bösen Lehrer, alle, alle, die irgendwie Dreck am Stecken haben, werden gemäuchelt, geköpft und sie trägt immer eine Puppe bei sich, die scheinbar irgendwie ständig ein anderes Oberteil hat, also, kopfweise. Ihr könnt euch vielleicht ungefähr denken, worauf das hinaus will und, ja, das ist, äh, wie soll ich sagen, eine gute Geschichte, eine gute klassische Horrorgeschichte und deswegen hat es mich so gefesselt irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ob man es online findet, den Manga an sich kann man günstig bekommen, eigentlich fast schon hinterhergeschmissen, es kann natürlich aber auch sein, dass ihr ein bisschen Geduld haben müsst, gerade bei Amazon, weil das letzte Mal, wo ich es gekauft habe, habe ich das günstigste bekommen, also ich, da habe ich wirklich zwei, drei Euro für gezahlt, ähm, aber, ähm, dann, als ich es quasi weggekauft habe, gab es dann wieder so, äh, wahrscheinlich, äh, komplett neue für, was weiß ich, 50 Euro oder was auch immer, da vielleicht einfach ein bisschen Geduld haben, ja, man merkt sich mir ein bisschen verschnuppt, und, ähm, sorry dafür, und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich groß noch darüber so erzählen möchte, ähm, ich habe mir auch gerade so, schitz spontan überlegt, hier keinen Spoiler-Bereich zu machen, weil es eigentlich keinen gibt, so richtig, ähm, es, ich kann nur Folgendes sagen, es sind Creepy-Figuren, es sind, es ist zum Beispiel eine Geschichte drin, die fand ich eher belustigend als erschreckend oder widerlich, sage ich mal, oder, äh, gruselig, geschweige denn, ähm, dann gab es wiederum diese Geschichte mit Koala is watching, klingt total lustig oder doof, sage ich mal, ist aber einer der irgendwie doch schon schlimmsten Geschichten da drin, und, äh, Gumball, nee, Gumballs Hell Machine, ne, da dreht es sich um einen, nee, Hells Gumball Machine, so rum, da dreht es sich um einen, äh, Kaugummi-Automaten, der aus der Hölle kommt, ja, das sind so Sachen, da denkst du so, also, weil gerade bei manchen Geschichten denkst du so wirklich so, ja, das, äh, das kann sich nur jemand ausgedacht haben, aber es ist schon wieder so cheesy und das ist schon wieder wirklich cooler, interessanter Horror ist, mir gefällt es sehr gut, ich mochte auch den Zeichenstil, gut, ich mag auch ein bisschen älteren Zeichenstil, aber ich finde, der hat auch durchaus sehr seriöse Töne, was es halt schon wieder effektiv macht, dieser alte Zeichenstil, sollte man sich auf jeden Fall mal geben, das Unternehmen Studio Ironcat existiert leider nicht mehr, die haben, ich glaube 2006 oder so, haben die, äh, Ende gemacht, da war er dann fertig mit Studio Ironcat, was schade ist, weil die einige alte Manga rausbringen wollten, aber es war damals schon nicht mehr beliebt, was schade ist, da war Tokio Pop gerade mehr oder minder so on the rise und, äh, da haben die halt einpacken können, der Verlag, schade, aber es gibt so ein bisschen so Überbleibsel, so das eine oder andere und wie gesagt, Mantiswurm kann ich nur wirklich empfehlen, wer auf Horror steht und, ja, äh, die ein oder andere grafische Inszenierung ist natürlich drin und, ja, in dem Sinne, würde ich sagen, wär's das soweit, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es war euch noch nicht zu lange, ähm, ist immer so eine Sache, warum sollte man lange über One-Shots reden, aber, ich hab irgendwie das Gefühl, wenn ich zu wenig über One-Shots rede, dann, dann packt es die Leute vielleicht nicht und das wär schade, weil es gibt so viele gute One-Shots, Leute, so viele wunderschöne Geschichten in einem Band und normalerweise bin ich nicht so der Fan von diesen Short-Story-Collections, weil ich die oft, weil für mich das oft so eher wirkt, wie, äh, Mangaka hat jetzt ein paar Storys gezeichnet und, ähm, der Verlag hat da halt nicht alle angenommen und irgendwann aber gibt's quasi eine Compilation vom Rest, einfach um was zu produzieren und rauszubringen. So wirkt es für mich bei manchen, äh, Short-Story-Collections, es gibt aber natürlich auch verdammt gute, ne, muss man auch dazu sagen, also, ja, äh, gibt's bei Alben zum Beispiel auch, ich kann mich noch an ein Disturbed-Album damals erinnern, das ich mir gekauft hab, was im Grunde einfach nur nicht releasete, äh, also nicht rausgebrachte, äh, Tracks waren und, ja, da würde ich halt fast auch schon, musst du ja auch fast zugeben, zu Recht, also, es war jetzt nicht so Bombe, das Album, es war halt, äh, zu Recht vielleicht einfach nicht releaset worden, diese Tracks und das hab ich halt bei manchmal bei One-Shot-Story-Collections das Gefühl, aber hierbei hatte ich das nicht, bis auf eine Story, die fand ich, ich weiß nicht, ob die absichtlich eher lustig gehalten wurde oder, oder ob ich sie einfach bizarrerweise lustig fand, aber, die Story mit der Familie, also es ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache, kann man sich auf jeden Fall mal geben, muss man nicht, aber wer wirklich vielleicht so ein kleiner Horrorsammler ist oder alte, oder ich sag mal, wirklich kuriose Dinge in der Manga-Welt sammelt, so wie ich, der sollte sich das auf jeden Fall mal geben. Das wär's soweit, ich bin der René von der Maison Manga, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin da, äh, jetzt wiederhole ich mich. Bis dahin und ciao. Bye, bye. Und heute dreht es sich um einen Horrormanga und dieser One-Shot besteht aus mehreren Kurzkapiteln, also im Grunde ist es eine Ansammlung an Short-Stories und ist auch so gesehen, wie ja bereits ... ... ... ... ... ... ... Du, 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 nö.